Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Imperium, Lucky Survivor. Was macht der schnell? Und das ist... Spring drauf! Warte, warte schnell. Das ist Kaiser, das ist... Nein, diese Ansage, du hast 3 zu 1 rum und labert los. Fört egal. Wo ein bisschen weiter geht's? Dann krieg ich die wieder ein, jo. Zum Mutti. Let's go to the Alien Tower. Yes. Wo ist denn der? Wir machen hier die Easy Rider. Da wurde... Hat es nicht aktiviert in deinem PDA, Herr Kaiser? Äh... Aktivier mal, dann siehst du das mich auch. Ah, da. Der Tower. Ich dachte, der macht's... Nee, ich glaub im Single Bear macht er das, aber hier im... Ja. Guck mal hier links. Bei mir fest übrigens schräg. Herr Kaiser, hier links. Hier ist Essen. Ah, seid ihr gut. Nächstes Essen? Schon alles so gegessen. Gewürzt. Kann man natürlich auch essen. Ja, aber sowas sollte man sammeln. So, wir fahren jetzt. Hier ist alles. Wow! Let's go. Let's go. Surfing. Autsch. Ja, das ist auch nicht so ganz synchronisiert, gell, mit dem Morbets. Das war schon mal... Nee, das ist nicht... Sie fahren auf jeden Fall und rutschen nicht nur. Also, zumindest sag jetzt mal, die Richtung stimmt nicht. Ansonsten... Nee, genau. Ich meine nur die Fahrtrichtung stimmt nicht. Also, der fährt halt rückwärts oder seitwärts oder sowas in der Art. Oh, es geht nen Berg hoch, Jungs. Links. Links. Bei mir hast du... Ja, links ist ein Canyon. Hier geht's hoch. Wo ich fahre. Gock mir nicht. Oh je! Oh je! Nice. Am Jude fahren, ne? Ja. Ich finde... Freuen wir dir den Canyon? Groß. Ich komm oben lang! Ah, da. Oh je! Ist das schnell! Nur 300 Meter hinter. Ja, ich bin im Baum hängen geblieben, kurz. Okay. Kurz. Hui! Unser... Oh, Aua! Hilfe! Oh, ich bin schräg! Moment! Gleich hab ich mich wieder... Jetzt fängt er sich langsam wieder in die Richtung... Leute, guckt euch die Waldsichter an hier. Alles chillig. Deine Haftheit langs wogegen. Oh, da dreht sich. Ich finde das richtig schick. Also, das muss man schon sagen. Es sieht extrem gut aus, ja. Oha! Oh, was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Ich steh aufm Kopf. Ja, das kann passieren. Aber der macht das doch nicht. Ist doch auch unangenehm. Es sah lustig aus. Pfff! Ich dachte, ich springe über diesen... äh... Graben drüber und... Ne, der hat sich komplett festgesogen. Äh, du hast den noch nicht gemacht, ne? Den Alien Tower? Kennst du noch nicht? Nein, nachher gar nix. Gut, okay. Dann warte ich noch. Und Kaiser auch. Aber... Oh Gott, geht's tief! Oh! Ich bin geputzelt! Ich bin am Kopf! Wir können uns da vortreffen. Ist nicht so schlimm. Oh Gott! Oh fuck! Was ist das denn? Also... I have... Man, ehrlich. Das ist ein interessanter Objekt. Okay, okay. I'm on my way. Oh Gott. Schwierig! Okay, mir hat keiner gesagt, dass Offroad fahren so schwierig ist. Schwierig! Ja, cut! Boah! Ich fahrs grad rückwärts. Äh, ich rutsche. Sehr so strong signal. Coming inside from the tower. Ist das bei euch auch in englisch? Ja, gell? Ja. Ja. Ich, äh, weiß nicht wo dieser Tower jetzt ist. Ich seh'n Tower auch nicht. Nachkommt zu mir. Ja. Ja, das ist das Problem. Spielkaiser, hättest du die Tower entdeckt? Ah ja, da ist er. Ähm, ich stecke im Baum... Ne, jetzt geht's. Jetzt seh'n, ja. Jetzt wird er wieder eingeblendet. Wie lang, wie nahen darf man ran? Völlig, ganz ran. Okay. Ganz konkret ran, ja. Wow, wie cool das aussieht. Gut aus, ja. Okay, ich packe jetzt mein Moped davor. Also nicht, dass jemand es vorher hätte, einen Screenshot zu machen, aber... Nein. Hm, gute Idee. So, Pistole raus. Wow. Okay, warte mal, ich brauch' Vordergrund macht Bild gesund. Vordergrund macht Bild gesund. Sagt der Fotograf so. Ne, wenn du was im Vordergrund hast, dann machst du ein Bild schöner, weißt du? Was kommt jetzt? Naja, ich mach' jetzt hier die Sonne mit rein und dann haben wir hier schon... Einfach nur hübsch. Hübsch. Hübidi hübidi hübsch. Hast du grad geschossen? Der hat sich gelöst. Was sagst du? Du kannst den Aliens gleich erklären. So, alles klar. Wir sind an dem Tower. Was müssen wir tun, Herr Fleischhammer? Müssen wir rein. Müssen wir rein. Oh, krass. Waffen zücken, machen wir Licht an. Licht ist an. Oh, es knistert. Hört ihr das? Müssen wir da runter? Na, dann mal los. Oh, ups. Oh nein. Ich bin nicht drin. Nein. Ich bin nicht drin. Was ist das denn? Warum sagst du denn nicht, dass wir runterspringen müssen? Wurde ich nicht. Also ich wusste schon, dass der Kaiser ist gesprungen. Nee, ich bin gefallen. Ich bin nicht gesprungen, ich bin gefallen. Ja. Kaiser liegt jetzt halt. Jetzt macht der Kaiser das alleine. Was macht er denn jetzt? Er zerlegt ja alles. Du musst doch unterlegen. Das ist doch. Da steht doch, Herr Kaiser. Das Ding hier ist close to you. Ja, sag mal. Also ihr müsstest beim Kaiser einschalten, wie er das uns vorführt, wie diese Mission funktioniert. Ich habe absolut keine Ahnung. Es stand drunten. Das ist ja doof, dass das Ding hier gerade machen. Warte mal. Wolltest du aufschießen? Ich überlege gerade. 50, 50, 50. Nee, können wir nicht. Nee. Geht nicht. Was war das denn? Da muss der Kaiser das machen. Im PDA gucken, Herr Kaiser. Also Trapped inside. There is a lever activated. Du musst einen Schalter drücken oder eine Druckplatte. So the lights stay active. Genau. Irgendeine, irgendeine Wand. Stell dir das vor wie ein Kreuz. Ah. Ah. Jetzt können wir da reinspringen. Los. Wir drin. Oh krass, wie sieht denn das hier aus? Da ging die Wand. Oh. Simon says. Hier. Das kann nicht. Senso. Sieht das coole aus. Ich bin wieder hier gefangen. Okay. Warte. Komm mal. Adam. Ihr habt da irgendwo ein... Bewegt euch mal. Warte, warte. Ja. Jetzt. Behind the red panel. Oh. 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 Oh shit. Der hat sich einfach mal... Oh Gott. Rauskommen. Ähm. Ja. Der Abbot hält jetzt nicht. Ist tot. Ist tot. Oh, es ist noch mehrere. Oh Gott. Kopfschlüssel. Schlüssel. Wir gehen. Wir gehen jetzt. Auf die Eichel. Genau. Was? Und das bei dem schönen Sonnenschein. Shit. Was ist jetzt? Ich hatte irgendeinen Fehler. Ich auch. Ich auch. Okay. Den Giftbiss. Fuck. EJ. Tut mir leid. Ja, den Giftbiss habe ich auch. Looten. Fast Loot. Licht an. Hier ist noch keiner. Ja, irgendwas ist da noch. Zwei sind das. Wo kamen die her? Sind Seiten oder was? Hier sind die Bundesbraunen. Wie eklig. Hier ist noch irgendwo einer. Auf der anderen Seite. Ja. Oh ja. Da nix da. Mit Kernzerstörung oder was? Ja. Yeah, Level 4. Jetzt haben wir jetzt mit Wagen. Was ist das für ein Sound immer? Geht nicht kaputt. Das ist der Sensor. Ah, da oben der Sensor. Okay. Uah, was? Da ist noch einer. Wo kam der denn? noch einer sehr vorschlag normalerweise kriegt wieder ich hab keine munition mehr ich hab noch alles durchgejagt ja normalerweise 2 3 aber aber gut ich nehme deinen oder bist du in der nähe ich bin da okay ja das hätte ich nicht gedacht so viel ja gut aber viel feind ja okay dann let's go home weil ich habe ein giftbild am still war schon hier willst du von mir gift haben an die gift hast du die politische salbe oder ich habe doch irgendwas zum essen oder all den zahn nein alles geschimmelt schande erst mal kann ich leider nicht werden muss leider sterben fahren wir nach hause sind wir schon fertig hier was haben wir jetzt pda mäßig hier noch ach so ist schon fertig der tower was haben wir dafür ja nix einfach nur viel fein viel eher das vessel aktivieren sagt er jetzt auch jetzt hat er uns ja genau jetzt geht's nach hause ich habe keinen plan jetzt habt ihr nicht hier auf karte doch 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 gott im dunkeln hier durch den wald das gibt ja ein ding ich bin im kommenden berg im hellen runter gekommen hoffentlich kommt an mal tot mein leben geht so ganz aber so manche pflanzen helfer gegen giftbisse das weiß ich weil ich habe gerade verbrauchen aber zumindest leben geht hoch und ich habe honig gegessen ein natürlicher süßstoff an den boden und ich auch gerade wie seid ihr hochkommen nur einfach nimmt er auf zu und hoch hört das ist ein bergzecker oder was ja das problem ist das nicht siehst wo es tief runter geht das merkt man nur wenn man auf dem kopf steht ok turbo bergauf ist eine doofe idee es geht ganz schlimm oh mein gott du musst die leertaste übrigens gedrückt halten shift festhalten und dann die leertaste drücken dann machte turbo aber nicht während du den berg hochfährst das ist ja habe ich gerade gemerkt und machst du kurz sie was naja da ich weiß nicht so richtig als ob es irgendwie sich aufladen muss also funktioniert es macht nicht dauerhaft hier ich bleibe an so mini stein hängen noch mal aber sie müsste sich doch den lenker in den hoden rammen das ist hier ich finde es cool wenn man über den lenker fliegen würde ich meine das würde jetzt schon fünf mal passieren dieser folge aber das wäre glaube ich ganz schön nervig nach der weile manchmal wie sie sie ist ja die kleinen steinchen und dann diesen wie heißt der henry sprung sound ne wie ist er hier der ja diesen kann diesen schreien ich machen ja ganz hohe nicht ich finde ich habe schon wieder in tasche ich habe ein moped ich bin abgestiegen habe es aus Versehen aufgenommen aus Versehen ja lebst du noch nach Hause sehr gut du bist ein kaiser ja gleich da gleich da ich weiß nicht schon wer hier im autofahrt fahren kann und wer nicht geradeaus auf jeden fall ich bin da ich habe nur mein problem mit kurven plump zack damit ist noch eine aufgabe if you want to wreck at your first base build a core a solar panel and a capital capacitor 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 depleted also ich habe schon mal vorbereitet ein solar panel und ein energiekondensator mach noch ein solar panel und fleisch wovon haben wir denn licht diese rucklack gehen wir auf ein bisschen auf ein ach das sind eure lichter die sind so stark ja also die waffe hier hat normal kleines licht drin da brauchst du nicht mal irgendwie anschalten oder so ja aber das das eigene das anzugslicht ist auf jeden fall stärker ja so ach das das robinson protokoll sieht sogar vor dass wir dieses raumschutz zu unserer basis machen so sieht es aus ja hast du denn irgendwie eine lücke gelassen wo wir den kreuz reinballern können ja in die decke pfff ok ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht aber in die decke wie kommen die da rein in das ding äh hüpfen es gibt hier es gibt hier noch einen besseren eingang hier hinten ach so der boden ist ja wieder ganz genau ja ja nicht alles also um echt zu sagen ne der ist nicht der boden nein wir könnten das hier schnell raus äh äh ja ja machen machen warte ich entferne das ups was hat das für ein geräusch ich habe die rampe ein und ausgefahren ah ah ok entfernt achso ich dachte du wolltest den kern da reinsetzen ne ne wir machen jetzt erstmal wenn wir auch drin loben können ne wird besser hier ist was nur nicht alles weg dann bricht es uns zusammen hier beim spiele kaiser kannst du noch einen reinsetzen bitte ah das mhm ok jetzt im hinter komm mal ob das schon fertig ist fast so gut wie neu oder so ja tschüss so 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 ganz stabil der gram ne ja allotal hatte musste wir können sich noch zu brutteln du kannst nicht zu stellen weil ein kern nicht für alle freiheit alles klar gute idee mit p fisch geräte nehmen ist er hier also privat sind also jetzt können wir entfernen kannst du reinsetzen hast nur noch zwei stück fleisch in der tasche ja da und hier so meinst du solltet an mich ja das die muss auch noch raus ja ja ich hab durchfall das ist nicht so wild und steine rein und dann können wir ja nicht ein gescheit laufen zu kämpfen nicht die strahlenkreuzen kannst du kurz mal mehr steine geben dass ich mich das gleich auffüllen kann ich hab so ein angst um unsere strukturelle integrieren schotter habe ich danke ne jacky gibt mir bestimmt mal zwei drei blöcke hier genau warte oh danke ongel jetzt mal gucken können wir irgendwie aufs dach schon eine lösung gefunden aufs dach zu kommen ja wir können doch eine billige treppe bauen jetzt erstmal zum schotter oder sind die zu stabil um die wieder weg zu nehmen ne ne das geht schon oder kann ich nicht aus dem beton plötzlich eine treppe machen ich könnte eine treppe machen ja dann machen wir mal so herr kaiser kommen wir neben dem restlichen boden noch raus eins essen ist in der mache da kommt ein bisschen fleisch das ist gut wenn ihr fleisch habt haut es ruhig rein ne ja ich brauch immer noch Giftpils fuck siehste was ich essen ich hab noch Honig ah Honig hat ja nicht verholfen äh Moment hier sind irgendwelche natürliche Stimulantien na fuck ich mach's von unten jetzt arschlich ne hier wird's Magen hilft gegen Magenverstimmung na läuft also durchfahr hast du was ja das hier das wurde links hilft nicht ähm ups nicht das Fahrwerk wegnehmen können wir hier irgendwas basteln wir hören leise im Hintergrund Jack murmeln ne wir versucht abzuwenden zu sterben denk 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 Antibiotika nein könnte wir maximal eine Dingsmarsch ja du Kräuterblätter dann mach'n wir nicht passt'n Sound oder kannst du aber klöttert dir denk 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 ich werde meinen ersten zweiten tot schön das sieht er was aus so dann muss ich mal eine Treppe hier dass man ein spinn darf als er besuch kriegen ja sehr gut aus das schlimme ist wie lange brauchen noch dass wir den also wir brauchen noch eine weile dass wir das multitool haben mit einem multitool für multi braucht man diese komischen prometrium pellet die finden wir erst wenn wir das komplette schiffe gefunden haben die ja halleluja titan oder so titan also kann in unserer base zumindest mal noch mal laufen inwieweit das von vorher möglich war zu schelven die 100 ist eine schnelle sache cool gott direkt wieder die ecke durch den klotz ersetzen damit wir besser hochkommen ja ja auf jeden fall nein ich bin es gleich da jetzt könnte man hier auch noch eine treppe moment wenn man auf einer struktur springt und er waren da ja genau auf der kante der struktur herrte rutschend über die kampf drüber ja dann bist du mal eben ganz schnell ob sie gut sehr schön das hat mir schossen ja 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 alles war so schön und damit steigen die gebrauchen herzlichen dankbezugung zu kauen ich würde jetzt auch den schluss leute ist man schluss bis mond dienstag er muss einfach ein quatschen es ist gar kein problem ich habe das letzte wort heute bis dahin tschüss